4, 3, 2, 1, wey! So, mit wem ich ein Team? Hey, Gravi! Ja, moin! Ja, lass mal loslegen. Jo! Ich find das im In-Game-Chat ja so geil, dass du die anderen hörst, wenn sie in der Nähe sind. Das find ich ja so geil. Ja, ich hätt' ja nicht gedacht, dass das so gut ist. Letztes Mal war das anders. Ja, der Chat hier ist super. Ich geh mal nach Kisten. Ja, ich geh auf die andere Plage hier. Jo. Das ist nichts. Ja, hier ist Leder. Ich hab die eine Runde, wo ich mitgespielt hab, war natürlich nicht bei uns. Wollen wir hinrennen oder nicht? Äh... Das sind drei Stück, ne? Na, komm. Werden wir in die Mitte, oder? Ja. Okay. Wollen wir mal Lederfeuer? Ja, ja, klar. Rufen dabei ist wichtig. Die anderen werden auch nicht straight da hinlaufen. Äh... Na, weiß ich mal eh. Ja, die weiß man nicht. Sowas wär ja geil, wenn alle dann aufnehmen und man dann, äh, wenn dann so ein Schnitt kommt, so, so, wir rennen da sofort hin. Ja. 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 Dann komm ich von... Ja, dann kriegst du dir doch schon mal irgendwas, dass du nicht gleich komplett weg bist. Ja, ich hab leider nicht viel. Boah, ich komm mir denn gar nicht lang, Shit. Wollen wir mal eben einen Mantel machen. Das hier auch. Hast du Pfeile? Äh... Nee. Ich hab drei Pfeile. Ich hab keine Pfeile. Gar keine? Nee. Du musst doch mit welchen gestartet haben. Äh... Ja, dann hab ich ein paar. Aber nicht viele. Siehst du, ähm... Neben deiner Karte rechts? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Sehr gut. Wollen wir weg gehen? Ich hör dich. Also ich seh deinen Ausschlag. Eint. Wollen wir da oben links? Ich würd gerne eine Karte finden eigentlich. Irgendwann. Ja, da müssen wir irgendwo in den Haus rein. Äh... Noch ein Pfeil. Markieren? Nee. Guck mal. Hier müsste ja irgendwo eine Karte wohl sein. Ja, normalerweise in den kleinen Häusern immer, ne? Ja. Ich komm mal von der anderen Seite. Ich seh hier auch gerade nichts. Wir könnten auch das neue Elektronik sammeln gehen. Aber das eigentlich beide werde ich das einsammeln, oder? Hab das noch nicht. Äh, nee, ich hab keins. Ich hab keins. Gut, dann sammle du das sonst mal. Oh, Gary lootet das gerade. Gary lootet das. Okay, Gary ist dort. Kiste. Holz. Schön. Ah, hier ist ne Karte. Ja, zwei sind da oben. Gary und der andere und die anderen sind unten rechts. Wir könnten nach oben links gehen und noch ein bisschen loopen. Ich würde nach oben links gehen. Ja, aber ich friere gerade. Ich muss mich mal. Achso, hast du noch keinen Mantel gemacht oder so? Nee. Das ist jetzt verbunden. Find Zones remaining. Pilzmantel. Ach, ich muss ihm kann mal heilen hier. Mach dir mal eben Feuer. Mhm. Muss mir gleich eh auch eins machen. Oh, wir könnten uns das Elektronik holen auch. Ja, wahrscheinlich. Da. Here we go. Da war ja auch keiner, ne? Ja. Ja, dann holen wir uns das. Da ist keiner. Dann will ich mir das Geschütz holen. Das nervt immer alle. Ja, das hab ich auch ausgeruset. Das ist echt gut. Alter, ich find so viele Kisten. Ich find hier gar nichts. Das ist nicht gut. Speed Rink. Mehr Speed. Vielleicht erstmal craften. Ach, komm mal nicht durch. Ich hab drei Bären fallen. Hilder. Ich werd hier irgendwann in der Mitte aufsetzen. Ich denke mal, es wird in der Mitte enden. Wo kommt man denn durch? Da. Ach, das ist dieses blöde Elektronik da oben. Links ist ein Sofa. Mhm. Ich frag mich, wie wird ihr im Zug wohl spielt? Wer hat das Pech, oder was? Das muss ein Junge Pech heißen. Ja, für Janne nicht. Wir laufen jetzt in die Mitte. Okay. So. Geschütz. Ich kann immer noch kein Mantel machen. Was fehlt denn da noch? Leder? Meins von Tieren, oder? Nee, von den Sofas. Ja, dann... Vielleicht der da hinten. Hast du dir ne Rüstung gemacht, oder so? Nee, gar nichts. Leider nichts. Worin investierst du denn dein ganzes Zeug? Äh, ich hätte Scott. Ja, ich hab ja noch nicht so viel gesammelt, deswegen... Ah, jetzt kann ich endlich. Ah, sehr gut. Stiefel. Ich würde fast sagen, wir machen uns irgendwann mal in die Mitte. Mhm. Und ich kann da Fallen auslegen und alles. Was ist du eigentlich für Fähigkeiten? Äh, verstecken. Oder unsichtbar. Achso, ne, ich meine die normalen Fähigkeiten. Äh, was soll ich? Bärenfalle, Stolperfalle... Nein, ich glaub, Gleiter ist es. Ich hab noch die Mimikfalle. Ich würde die gerne in der Mitte aufstellen. Die Mimikfalle? Was macht die denn noch? Das ist ne falsche Truhe. Wenn du die öffnest, wirst du schaden und wirst festgesetzt. Wir verlocken. Wir verlocken. Wir verlocken. Wir verlocken. Hast du dir einen Mantel gemacht? Ja. So zu bringen was, was sie brauchen können hier. Wir wissen. Ich sag mir gerade noch ein bisschen ab. Ja, ja. Ich hab auch gerade in der Kiste gesehen. Das ist super. Oh, drei Pfeile. Das ist schön. Oh. Oder Holz. Ja, mach dir auf... Wie viele Pfeile hast du? Äh, fünf. Okay. Ich werd so auf zehn aufstocken. Ja, ich soll mir jetzt das mal Holz. Ja. Ja. Die Pfeile sind echt billig. Mhm. Da können wir gleich... Wer lootet? Ja, die. Oh, ich muss äh... Ja, warte. Ich mach dir ein Feuer. Sehr schön. So. Wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Ähm... In die Mitte würde ich sagen. Damit wir Bären fallen und alles aufstellen können. Ich würd sonst noch eine warten. Ist halt blöd, ne? Wenn dann... Die Zone geschlossen wird. Hast du auch drauf geschossen? Nee. Oh. Holz. Ja, wir können doch in die andere Zone gehen, natürlich. Ich würd gerne eine Spur finden von denen. Das wär richtig praktisch. Wollen wir in die andere Zone oder? Achso. Der Rüstung hab ich mir auch schon gemacht. Oh, wir sind markiert. Die nächste Zone ist jetzt verbunden. Drei Zones remaining. Wurdest du auch markiert? Komm her, du. So. Hier, sammle deinen Pfeil auf, ne? Hä, wo ist denn der... Das ist Reels. Hier. Das ist da runter geflogen, hier. Ach da. Wir wurden markiert, ne? Es kann sein, dass jemand gleich hinter uns kommt. Mhm. Ich werd hier mal ne Bärenfalle auslegen. Ja, ich mach mal drei Bärenfalle, das sollte reichen. Ich weiß nicht, ob du da reintreten darfst. Tu's dann doch mal nicht. Nee, sicher, sicher. Oh! Ah, jetzt... Das Elektroniker sieht richtig geil eigentlich. Ja, komm, das find... Ja. Denk dran, dass jemand hinter uns sein könnte. Ja. Das wird jetzt spannend. Falls jemand auf dich trifft, lauf in meine Richtung. Ich stell das Geschütz auf. Ja, okay. Dann laufen die in das Geschütz rein. Lass ich jetzt mal gucken, wo ich denn nach oben komme. Da. Das ist ein bisschen blöd. Lauf, Junge, lauf. Könnt ihr mir jetzt auch nochmal ein Geschütz machen? Oh! Du hast auch das Geschütze? Mhm. Äh, zack, komm. Ei, 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 komm, 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 komm. Ja! Geil, Mann! Die Geschütz-Zone ist about to be verbinden. Okay, ich stell die... Es wär jetzt cool, wenn wir hier oben bleiben könnten, ne? Hä? Es wär cool, wenn wir hier oben bleiben können. Ja, und die Leute die Geschützer auch. Ja! Die auch warten gerne. Ja, ne? Das können wir machen. Also, ich bin auch soweit gut ausgerustet. Ich hab auch ne Mimik-Truhe schon aufgestellt. Ja, irgendwo noch ne Kiste. Also, die Truhe in der Mitte, ich glaub, die ist dir auch markiert. Das ist ne falsche. Die macht fünf... 150 Schaden. Fast so viel wie ein Feuerfall. Ja, ich hör doch ne Truhe. Ja, irgendwo da oben. Irgendwo da oben. Ich muss mir nur noch hoffen, dass unsere Zone nicht irgendwie... No! Der ist tot. Die Idee-Zone wird geschlossen, sehr schön. Ich würde jetzt die Frage sagen, bitte geschlossen oder die hier? Ja. Ich denke halt eher, leider die hier. Müssen wir mal gucken. Achtest du auf deine Kälte? Du hast immer noch keinen richtigen Mantel oder so, ne? Ich würde sagen, wir spielen gegen Janni und Kampfi. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Er ist ne böse Mischung. Oh, ich brauch äh... Holz. Ai, 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 ai. Kommen, kommen, kommen. Kommen. Kommen, 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 Kamelea... Oh, das bist du, alter. Warte, hier ist ne Karte. Wir können ja gucken, wo die sind. Ja, ich wär mich. Da ist Elektronik gebaut. Die sind überhaupt nicht bei uns. Die sind in der Mitte oben rechts. Sie könnten, wenn wir wollen, können wir zum Elektronik gehen. Darauf werden wir auf die treffen. Ja, komm. Vielleicht erwischen wir sie kalt. Ja. Sehr schön. Ja, lass mal da oben auf dem Berg. Ich denk mal, das ist gut. Ich stell mir eben noch Pfeile, ich hab super viel Holz. Mhm. Ist ne gute Idee. Oh. Ja, dann lass mal zurück, oder? Zurück. Okay. Ja. Zurück. Dann gehen wir jetzt da hoch und dann... Ich mach hier eben Pfeil. Uh, das ist gut. Und wir kriegen noch ein Elektronik. Nice. Hast du jetzt zwei? Ich hab jetzt schon zwei. Dann hol du diesmal. Okay, dann hol ich mir diesmal. Ich hab sowieso nur noch einen Schrumpfen und das ist jetzt nicht so dolle. Du nimmst schrumpfen bitte. Ja, wenn man klein ist, ist es schwerer zu treffen. Okay, wir verstecken uns hinten, dann laufen die durch die Fallen und die Mimikiste liegt da rum, die werden die bestimmt lindern. Man, das schließt sich ja in der Mitte, ne? Ähm, ja. Mitte schließt sich. Dann müsste das... Wir müssen jetzt gleich über die Grenze rennen. Das heißt, das müsste hier sein. Center Zone is now forbidden. Guck mal, ob du noch einen Kartenraum findest. Mhm. Ob der unten markiert. Hier musst du aufpassen, hier liegt ne Bärenfalle. Ich weiß, ja, ich guck mal. Teleport... Unsichtbarkeit auf jeden Fall. Ähm, willst du deinen Turrent aufstellen? Ja, das ist die Frage wo, ne? Hier in der Mitte am besten, weil in der Mitte wird sich der Endfight tummeln. Also hier ist die Mitte, ne? Ja, ja. Die Zone schließt sich ja später dann zur Mitte hin. Hier würde ich sonst den Bären so, würde ich sonst irgendwo oben machen. Oh, ich wurde... Ich wurde geschlagen oder... Ne, vor dem Fall getroffen. Mach den mal hier oben. Ich weiß auch nicht wo. Hä? Wo denn? Wo denn? Da. Ah. Ich seh den nicht, bin ich irgendwie... Na, dein... Ja. 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 Au. Hey, was? Wo kommst du denn her? Ich hab mich hochgezogen. Er hat mich hochgezogen. Oh, was? Ja, nicht schlecht. Ja. Ein schwarzer Janier, ey. Was? Ihr habt nicht geredet, dass wir euch nicht hören, oder? Exakt. Naja. Aber auch ne geile Runde. Wie denn diskutieren wir? Wie fandet ihr das Spiel? Soup, Gary? Äh, kacke. Ich hab nicht geredet, weil ich mitbekommen hab, dass Gary und Soup sich unterhalten und dass die hören konnte. Ja. Äh, ich auch. Die, du konntest die hören. Also Gary konnte euch die ganze Zeit hören, alle. Ja. Ja, nachdem er tot war. Ja, nachdem er tot war. Ja, auch. Vorher, die ganze Zeit. Auch vorher. Okay. Ich konnte euch alle vorher hören und dann so, ja, hier, die machen das und das und die machen das und das. Hä? Warum das denn? Das sollte nicht so sein. Cheat. Ja, One Hack. Weil das Spiel wahrscheinlich noch im Early Access ist. Kann ich mal melden. Seit 100 Jahren wie Fortnite. Ja, wie Fortnite. Seitdem wird das niemals aus dem Early Access rausgehen. Aber ich finde, daraus könnte man so ein schönes Projekt machen. Aus Darwin Project. Oh. Müsse ich mich jetzt mal nochmal reinlesen. Ja, ja, klar. So kompliziert ist es nicht. Ich habe heute eigentlich meine erste Runde gespielt. Cool. Dafür warst du aber ganz gut. Aber du hast bestimmt schon mal gesehen irgendwo, oder? Naja, ich habe nur mal kurz reingeschaut, aber ich wusste es mit... Man, ja, reingeschaut. Mit dem Craften eigentlich wusste ich alles nicht. Ich habe mich ganz am Anfang der Runde, der ersten Runde irgendwo hingestellt und einfach mal alles durchgelesen. Ja, das Crafting-System finde ich super. Ich finde, die sollten diese scheiß Fallen rausnehmen. Die fucken einfach aus. Seid ihr in die Bärenfallen getreten? Natürlich. Ja, aber nachdem wir sie getötet hatten. Okay. Aber in unsere Seite seid ihr nicht getreten, ne? Ne. Ah, schade. Wir hatten überall Fallen und falsche Kisten. Haben wir gehört und gewusst. Beziehungsweise ich habe es gehört. Warte. Janni, was ist los? Ne, die hatten... Spione. ...und so Bärenfallen. Na. Ja, wir hatten Bärenfallen und falsche Kisten, da wo wir jetzt gekämpft hatten. Also ich wusste am Ende, wo Campion und Janni sind. Ähm. Ja, aber die konnten es nicht verhindern. Oh, Gary looted. Wer spielt wohl mit Gary? Das war auch das Dream Team, ihr beide, ne? Ja, gut. Wieso? Du bist nicht der erfahrenste Shooter und Zug kann das Spiel kaufen. Ja, das stimmt. Team war balance auf jeden Fall. Also bis wir gestorben sind, war es super. Hat Spaß gemacht. Das war so geil, weil ihr halt erst nur gegen Campion gekämpft habt, dass ich auf die Bergstand durch die ganze Zeit zugeguckt habe. Echt? Ja, hier ist Alter, hier ist Alter. Ja, genau, er hat zu mir gesagt, sie sind da und dabei habe ich mit euch beiden schon gekämpft. Das Problem ist, ich hing dort so ein bisschen an der Kante fest und habe überlegt, hm, fuck, wie komme ich denn da jetzt hoch, um mich umzulegen? Bis ich so eine Art Treppe gesehen habe. Auf wen haben wir da am Anfang geschossen? Es waren auch Campion und Janni, oder? Wie ihr da unten stand? Ja, die sind so neben mir gelandet. Wir haben auf der Karte geguckt. Wir haben auf der Karte geguckt, als wir noch kein Treffen, weil wir irgendwie schlecht gelootet waren. Ja, ihr seid alle weggerannt die ganze Zeit. Machen wir noch eine? Ne, ich bin raus. Ich bin schon raus. Ah, okay. Okay, tschüss. Gut.